lo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 22 hier aus die game studio mein name ist master schroeder und ja hier sind wir der spritze unterwegs ich habe auf minimal eingestellt die ausbringe menge das sollten ungefähr 12 liter die hektar sein unten stehen 28 163 liter die minute auf 28 meter gucken wir mal was das bringt oder wie weit wir damit kommen und mit unseren noch 800 liter die wir hatten wir wahrscheinlich dieses feld jetzt hier fertig bekommen zu f1 drückt dann sehen wir bloß die kleine ansicht und dann kann man hier ganz beruhigt hochfahren ich habe die breite schon mal eingestellt und ja wie gesagt das obwohl wir haben aber bloß noch drei bahn glaube ich zu ziehen hier mit dem teil mal gucken 50 prozent ist jetzt abgeschlossen sehr schön ich habe die nachgeguckt was nach dem ding zwar ich glaube waren 43 prozent oder so wir haben mit der gülle auch knapp 20 prozent dazu gekriegt naja gucken wir mal so doch geht ich hätte also geht doch mehr aus als ich gewollt habe bei 27 liter je hektar oder zwölf liter pro hektar hätte ich jetzt gesagt wir haben acht hektar mal zwölf liter die anzeigen muss ich nicht ganz verstehen was da steht anscheinend oder ich habe halt die daten nicht und deswegen macht er dann hier doch irgendwie ein standard raus oder so ich habe keine ahnung wir werden es sehen so aus die bäume so gut so dann hier steuerung wie drei gedrückt wie drückt dass es jetzt rauskommt und abfahrt so also ich denke das wird nicht reichen wir müssen noch mal nachkaufen aber die tour machen wir dann einfach mal vielleicht beim bäcker gleich noch ein bisschen was weg holen was da jetzt draußen steht wohl auch schon gar nicht so viel habe ich dafür ein brot gesehen bloß weiß ich gar nicht mehr unsere produktionskette müssen wir auch noch mal nachgucken wie immer da jetzt was geben in diesem monat da denke ich mal war glaube ich die eier lieferung habe ich gemacht oder also ich komme gar nicht kurz das können sie kurz durchgucken während er so langsam noch vorne schleicht das sehen wir im hintergrund was da passiert so gehen wir ja produktionsketten durch brot bräuchte ja demnächst erdbeeren und mehl müssen wir liefern da muss man wirklich mal hinfahren mit mehl okay beim käse fehlen jetzt die güter ist okay dann lassen wir die 1000 das lassen wir fertig machen dann brauche ich denn hier was habe ich hier milch habe ich 1600 reicht noch okay dann lassen wir den käse da fertig machen bei der wollproduktion das genügend da mir ist auch ausreichend da also dass wir dann auch einmal liefern können okay so sieht es hier aus gut was haben wir noch schönes wir haben noch die schneiderei ja gut der hat keinen stoff die habe ich auch deaktiviert schon die produzieren und zucker kann auch produzieren hat noch platz und noch 75.000 sogar rühm die sie zu zucker machen können sehr schön gut so hier sehen wir eindeutig dass wir wesentlich mehr an dem material verbrauchen als ich erwartet hätte und dass wir da wirklich holen müssen dann müssen wir noch mal ein container flüssig dünge holen ja ist dann halt so also ich werde jetzt wahrscheinlich gerade so bis da unten runter kommen aber vielleicht mal halb hoch vielleicht lang sehr man weiß es nicht es würde knapp werden glaube ich kein zugang zu diesem land ja ich weiß 70 prozent haben jetzt geschafft aber ich dass das nochmal 30 prozent gibt wenn ich hier eine bahn hochziehe muss nämlich noch eine bahn mindestens abfahrt anschalten und los okay bringt er bloß dann aus wenn er wirklich ausbringen muss noch mal eine kleine karte reingefahren nun gut okay so das heißt wir können ja schon mal den shop gehen wir können so ein flüssig dünge kann ist da können wir schon mal kaufen da brauche ich palette flüssig dünge kostet 3200 warum ist der aber und gibt es unterschiedlich jetzt ja okay so nicht mal flüssig dünge 9600 6.000 das ist natürlich sehr teuer so was haben wir hinten die nahrzeigen mittel beizmittel ist 3200 irgendwie ausgeben habe ich aber 10.000 gewinnen dabei mann zum helden welchen und hier was ist das unterschied kacke so ein blödsinn so gibt es dann noch irgendwie eine möglichkeit auch für sich dünge zu kommen ich glaube nicht nur big packs mineral dünge big pack und helm okay oder wir nehmen die mineral dünger so jetzt ist unten leer so das war gar kein flüssig dünge benutzen und ich nehme jetzt den 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 streuwagen der sonst zum kalt streuen da ist und war den ganzen mineral dünge auch und wie weit ich komme und mineral dünge habe ich ja noch ein bisschen auf der palette wie es ist es nicht vielleicht langt hier man wenn man mann mann heute mal wie alles hier einmal leer dass nur drei paletten drauf das ist nicht viel ne so glaube ich komm auch immer schon dünge steuer weil wir dann sehen so wenn wir jemand in kreik ausdraust stellen eine schöne reihe kreik sein haben auch wirklich jede form in der man dünger ausbringen kann jetzt auf diesem feld ausprobieren dass also das ist auch etwas könnte man vielleicht wenn man die bücher schreiben so da haben wir dreimal kalk so dann fahren wir mal in dem auto hängen dann vorbei gucken wie viel dünger wir kriegen ich denke es wird nicht viel sein doch vielleicht zweieinhalb tausend oder so 7500 und gerade mal so 2000 hier noch nicht mal mir das so ist gar nicht auch da drin sieht man gar nicht naja wird zur not kann ich ja noch den dünge streue zeug aus dem links raus holen so dann gucken wir jetzt mal hier muss hier gedüngt überall und nirgends da sieht man hier ist nicht so hier ist da haben wir mit dings gemacht so ok dann ausklappen das ganze ding f1 drücken automatische ausbringung deaktivieren so wenig wie möglich haben wir so dann so 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 dann so und so feuerung gibt es mal da so ein bisschen nahtlos ran ein bisschen unterschiedlich ganz ich glaube da ist der unterschied oder müssen ne ja so sehe ich es ja ok noch ein bisschen rüber so da müssen wir hin fahr da mal hin und dann schmeißen wir hier die bahn hoch dann gucken wir mal wie weit damit unserem dünger noch kommen alle vier möglichkeiten die man hat um dunge oder beziehungsweise ein feld zu düngen auf einem feld ausprobiert wir haben grülle ausgefahren wir haben mist ausgefahren wir haben flüssigkeitsdünger genommen und jetzt nehmen wir den mineral dünger und es sieht so aus als wenn wir mit den ganzen vorräten die wir auf dem hof hatten hinkommen werden ich weiß jetzt nur nicht wenn ich das auslade dann ist es nicht mehr in diesen dings paletten das ist das einzige was jetzt das problem nachher werden könnte dass das jetzt eine big pack wird beim ausladen aus diesem fahrzeug hier naja gut man kann ja nie alles haben aber dann haben wir zumindest den flüssig dünner weg weil eigentlich bin ich so ja nicht mehr noch ich mache zwischen frucht düngen und bei der aussaat düngen und dann war es das das ist schon mal ganz gut dass ich ein flüssig dünner so groß geworden bin und ich glaube auch die entscheidung keinen neuen zu kaufen ist auch gewesen das ist schon nicht verkehrt glaube ich so 92 prozent haben wir jetzt kommen jetzt hier drüben nur die spur denen entgegen und dann soll das ja nicht passen hier und abfahrt dann gehen wir hier rein in den auftrag 94 haben wir schon das sollte gleich soweit sein so wenn es um steht gleich b drückt dann wir nicht sinnloserweise den mineral dünger hier noch wild verstreuen wo wir gar nicht verstreuen wollen gut man das hätte ich jetzt nicht immer dass ich jetzt wirklich alle dünge methoden einmal hier auf diese macke ausbringung raum muss oder auch bringen muss und das hier jetzt fertig gut jetzt ist fertig und dann drücken wir hier escape und dann können wir den hier abschließen und dann haben mir knapp 14.000 euro verdient sehr gut das freut mich ungemein und dann fahren wir hier nochmal quer über seine saate quer über seinen acker ist ja noch nicht unser acker da können wir es ja machen so dann würde ich sorgen wenn ich das jetzt abstelle gucken was das wird hier es werden zwei von diesen big pack paletten okay so dann gehe ich mal hier rein hat mal auf wo sie den außen und auch gerne ist auch interessant aha höchst interessant so okay dann nehme ich jetzt hier diesen container da ist ja der eine der müsste ja ziemlich leer sein oder halb vollheit wollen müssten sein wenn ich die mal jetzt hier oben einfach so drauf recht wie ich bin dass sie total bescheuert aus aber das ist genauso dumm eigentlich okay so ist die knotet ist die knotet sehr gut alles klar dann geht das schon mal dann kannst du jetzt da oben hinfahren dann können wir den kalkschmierer einladen dass der kalk hier wieder drin also ich finde die in die auf diesen paletten die säcke finde ich optisch deutlich schöner als diese big pack dinge und die kabler ist das und ich hatte auch hier die einzelsäcke die einzelsäcke waren eigentlich auch das war auch eigentlich ganz toll also muss ich sagen das hat mir sehr gut gefallen aber die kriege ich mit dem bot halt nicht geauto lohnt und mit dem anderen motto im auto lohnen lang die auch einzeln auf dem platz wo sonst ganz palette liegt ja das war nicht so toll so er wie richard aber mein kalki wieder aus und dann wenn wir die automatische ausbringe menge wieder aktivieren noch ein bisschen hike aufladen damit ist der auftrag dann auch erledigt sehr schön so dann werden wir jetzt gleich noch mal ins büchlein gucken was wir jetzt machen wollen und zwar müssen wieder mal hierhin gucken dahin gucken wir haben jetzt auf dem feld wo vorher zucker rüben waren 62 haben wir jetzt meist drauf wir haben als nächstes geplant was ich verstehe höhere dich gut ja höhere die ist die nächste geplant und brucht kalken ist erledigt fliegen erledigt walzen ist erledigt saaten mit dung ist erledigt striebeln ist noch notwendig eventuell weiß man die spritzen ist nicht notwendig so änderung speichern so dann haben wir aber da kann ich über über dich machen durch das feld ja schon umgestellt habe da ist jetzt raps drauf ich habe weizen geplant aber einiges über dich geplant danach na gucken aber wenn das auch über dich um stellt dann wissen wir ganz genau das ist quasi das was jetzt als nächstes drauf ist und was drauf soll so ist gerstenfeld ist ja auch fertig da ist theoretisch raps geplant aber wie macht schalten wir uns das mal um auf ölrettich ne ihr wisst warum so die zuckerrüben sind auch schon drin ja die sind schon drinnen haben wir auch auf ölrettich so die hürse ist noch nicht drin die gerste das ist das alte gerstenfeld das ist noch nicht erledigt gras gras ist okay sojabohnen ist nicht erledigt hafer und dann ist da später raps geplant aber wir machen erstmal ölrettich drauf so und dann können wir uns wenn die ernte ansteht dann können uns gedanken machen die felder neu neu organisieren so das heißt eigentlich ist hier nur noch 42 41 und 50 zu sehen gut genau das wollte ich sehen so nach vorne fahren dann schnappt uns die satmaschine und dann werden wir jetzt mal ein bisschen auffällt 41 ausbringen ich glaube ich kann ich mit dem ding dann nicht aussehen dann muss ich unsere andere sie maschine noch mal ranholen und wenn wir jetzt erst mal auf die felder gehen auf denen mais ausgesät werden soll das sind ja noch zwei stück so wollte ich das gar nicht anhängen ich wollte das ja anhängen in fahrt richtung zwar in fahrt richtung damit ich damit abfahren kann sonst pass ich wieder nicht überall lang wo ich lang muss schön zart gerollt das kann ich doch irgendwie anhängen ja so einmal hier ganz kurz bei denen beim nachbarn mal kurz drüber über die wiese das wird später alles mal unser feld werden und da werde ich das auch wirklich fliegen also ich werde dann bis an diesen master anflügen also diese den streifen nämlich mit weil der streifen hier wenn man jetzt hier nur zwei metern zunimmt oder drei meter wie breit das hier ist bis oben hoch das bringt schon ordentlich fläche fürs feld na also da ist dann und hier auch quer wenn ich hier unten auch mindestens kurz vor der straße ranflügen damit wir dieses feld hier optimal nutzen können was man kaufen da habe ich lust drauf das zu kaufen muss ich ehrlich sagen und das so zu machen das geld ist das was wir als nächstes zusammen sparen falls nicht der neue rinderstall zwischendurch kommt ich denke das sollte nicht passieren gut na dann ich war jetzt zum feld hin ich denke lang für heute wir sehen uns dann auf dem feld wieder wenn wir dann mais aussäen auffällt 41 und 42 wo ja immer noch sozusagen tier ist könnte ich die wirklich zusammen fliegen weil ob ich denn die beiden felder dann auch mal mit 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 zuckerrüben voll machen das ist glaube ich auch okay oder weil wir haben ja ein paar felder in bruch immer wieder zuckerrüben drauf machen kann und so viel die schweine fressen jetzt nicht so viel zuckerrüben aber soll ich noch mal ein flug herholen soll ich die wirklich zusammenhaken hier wenn es das einfällt egal weiß ich nicht und das wird in den weg da dritten verschwinden lassen bin mir nicht sicher ich habe darüber noch mal gedanken aber ich mache es nicht ich mache es nicht ich werde es nicht zusammen fliegen ich werde es als einzelfeld erstmal behalten wer weiß was für früchte ich noch alles brauche und dann ist natürlich eine größere auswahl an feldern wo man was drauflegen kann glaube ich mehr wert so gut wo fang mal an ach wir können hier hinten anfangen dann kann ich eigentlich hier vor der kante hinstellen fangen wir dann hier an beim nächsten mal wir sehen uns dann ich hoffe euch hat es gefallen bis denn tschüss